Viparita Padma Mayurasana ist eine Variation des Lotuspfaus, Padma Mayurasana, wo du die Knie nach oben gibst und deshalb die Umkehrhaltung, Viparita, im Lotuspfau. Du musst also erst zum Lotuspfau kommen, dann senkst du das Kinn nach unten und hebst die Knie immer weiter nach oben und so bist du in Viparita Padma Mayurasana. Okay.